Ich glaube, das hatten Sie schon. Ich glaube, das hat Sie schon. 8-3-2-1-0-0. Die genaue ID gibt das System nicht aus. Okay. Ich arbeite dran. Wo komme ich denn denn da hin? Hast du noch irgendwas? Wir brauchen noch die Originalaufnahmen aus dem Archiv. Ich arbeite dran. Wäre ja auch zu schön gewesen. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Das ist alles viel zu verwittert, um es noch lesen zu können. Die Lampen durften mir auch nicht mehr helfen, denke ich. Dann... Muss ich doch irgendetwas hier unten machen. Er ist voller Ruß. Ich kann kaum noch was erkennen. Nee. Äh... Im rechten Schaukasten war eine große Sch... Für Elite... Schalt... Das hat man schon. So... Äh... Hm... Äh... Ich... Hm... Keine Ahnung wie. Hm... Nee, nee, nee. Hm... Auf keinen Fall. Weiß nicht. Zeitpunkt-Gerät mit Panzertür... Oh! Ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Weg! Aus! 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 Wer ist da? Hey! Ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was willst du von mir? So... Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin! Mein Zuhause! Ist Nigel hier irgendwo? Äh... Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein! Hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe! Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger! Ich gehe dann... Ja, habe ich. Ich habe lecker Curryhuhn. Guck mal! Ich habe hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. So... Okay. Dann können wir wohl rein. Hm. Dann können wir wohl rein. Hm. Hallo? Boah! Boah! Was willst du? Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich habe noch viel zu tun. Ich mache es kurz. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Ja, da gebe ich dir recht. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bi-Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen. Das mag ich nicht. Okay, das war's schon. Gut. So, dann die wichtigste Frage. Ich... Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quickie kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein. Ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Ich schaue mal... So, dann... Gucken wir uns das alles mal an. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Kartons... Konserven... Bücher... Mhm. Hier schläfst du? Ist das nicht ein bisschen... groß? Ach, was sag ich? Das ist bestimmt sehr gemütlich. So. Okay. Das muss das Magazin sein. Irgendwo dort drin sind die Videos, die ich suche. Wie komme ich da rein? Du darfst da nicht rein. Das darf nur Quickie. Äh... Okay. Nur Quickie darf da rein. Da gehe ich bestimmt wieder raus. Jawoll. Wollen wir aber nicht. Terminal benutzen. Guten Tag, Sean Redhold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 2110832100 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung drei Treffer. Erstens. Das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Klemit. 211083210012. Zweitens. Eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 211083210089. Drittens. Videomaterial zu die Indes-Katastrophe. 211083210091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Jep. Ich brauche das Video. ID 211083210091. Einen Moment bitte. Fehler. 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 Du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens. Das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Klemit. 211083210012. Zweitens. Eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 211083210089. Da nehme ich eben das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler. 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 Ah. Guten Tag Sean. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Ah. Ah. So. Nehmen. So. Ähm. Ja. Kann ich damit auch irgendwas machen? Kamera. Ach nee. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ne. Eigentlich nicht so wirklich. Ah. Guten Tag Sean. Ich brauche da. Einen Moment. Fehler. Fehl. Fehl. Nicht du auch. Offenbar Gas behalten. In unmittelbar. Erstens. Zweitens. Wenn es nicht Auftrag wird. Okay. Irgendwas muss ich mit der Kamera doch machen. Hm. Hm. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Hm. 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 vielleicht noch die sonde ich möchte dir geht das ich hab doch ich mach's gut okay gut ich möchte dir ein paar freitas nur ich hab ich mach's gut okay das war's schon gut ich schau so dokumente da stand auch so ein hässlicher bildschirm herum wie hier hat er noch funktioniert nein war kaputt funktioniert eigentlich irgendetwas dass sie anfassen serben kartons ein ganz seltsames gerät ich kann es gar nicht richtig beschreiben was ist das hier weiß nicht habe ich gefunden sieht aus wie ein glas mit rasierklingen das leben muss früher sehr seltsam gewesen sein findest du nicht auch vielleicht die hängematte ist völlig zugemüllt soll ich dir vielleicht etwas beim aufräumen helfen das haben sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt man kann zu hause doch nicht seinen müll stapeln in seiner situation ist das doch völlig irrelevant zusammen geht das ganz schnell lass das so na gut das bringt nichts nee nee vielleicht weiß nigel irgendwas ich wüsste gerade nämlich nichts wir brauchen noch die originaten ich arbeite Já wobei da hat er da vielleicht irgendetwas jaja 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 wenn ich probieren wir es mal so jaja 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 Irgendwas muss ich mit der Kamera machen. Ich weiß nicht was. Alles was wir jetzt noch brauchen ist die Deori, die genaue... Okay. Das bringt... Dann... Könnte ich höchstens die Kamera... Obwohl ich glaube ja nicht...